Man mag es dem Spiel nicht sofort ansehen, aber für manche Genres ist das hier einer der größten Einflüsse überhaupt. Einen der Hauptgründe dafür findet man nicht hier und auch nicht hier, sondern an einer sehr unscheinbaren Stelle, nämlich hier. Um das alles zu erklären, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, schauen auf die Geschichte des Spiels, testen ob es heute noch funktioniert und finden heraus, was es so einflussreich gemacht hat. Das alles im Rückblick zu Warcraft 3 und seiner Erweiterung The Frozen Throgans. In den 90ern und Anfang der 2000er war Blizzard im Bereich der Echtzeitstrategie und Rollenspiele extrem fleißig. Vor allem durch drei Serien. Diablo, Starcraft und nicht zuletzt Warcraft. Zwischen 1994 und 2001 kam fast jedes Jahr ein Titel dieser Serien heraus. Und das auch sehr erfolgreich. Und was macht man, wenn man sehr erfolgreich Rollen- und Echtzeitstrategiespiele programmiert? Genau, man packt beides in einen Mixer und baut einen Rollenspiel-Strategietitel. Das erste Konzept Ende der 90er enthielt viele mutige Elemente. Etwa wurde auf den klassischen Basisaufbau verzichtet, die Kamera hing fest hinter unseren Einheiten in der sogenannten Third-Person-Perspektive und unsere Armee bestand nur aus sehr wenigen Einheiten, die dafür aber von mächtigen Helden angeführt wurden, die der zentrale Bestandteil des Spiels sein sollten. Aus verschiedenen Gründen wurde dieses frühe Konzept jedoch gekippt und 1998 ein neuer Versuch gewagt. Das Ziel war immer noch ein Mix aus Rollenspiel und Echtzeitstrategie mit Helden und vielfältigen Fähigkeiten. Dafür fanden jedoch Elemente wie der Basisaufbau wieder den Weg zurück ins Spiel. Relativ schnell tauchte das Spiel dann auch in Form von Gameplay-Videos, Trailern und Screenshots auf Messen auf. Ungefähr zwei Jahre nach dem ursprünglich anvisierten Datum erschien Warcraft 3 schließlich im Juli 2002. Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Darin versteckt es uns in die Welt von Menschen, Orks, Nachtelfen und Untoten und wir übernehmen den Kampagnen nacheinander die Kontrolle über jede dieser Rassen. Im Prolog erhält der junge Hordenanführer Thrall die Vorhersage eines ihm unbekannten Propheten, dass die brennende Legion zurückkehrt und er sein Volk nur retten kann, wenn er es nach Kalimdorf führt. Genau das tun wir dann auch, wonach der Prolog endet und wir zur Menschenkampagne springen. Hier steuern wir den allseits geliebten Prinz Arthas, einen Paladin, der mit ansehen muss, wie sich eine Seuche in seinem Land ausbreitet und die Bürger in feindselige Untote verwandelt. Gemeinsam mit verschiedenen Mitstreitern findet er den Ursprung der Seuche und bringt den Verantwortlichen zur Strecke. Allerdings mit erheblichen persönlichen Konsequenzen. In der Folge übernehmen wir die Untoten, erneut die Horde sowie schließlich die Nachtelfen, die in Kalimdorf zuhause sind. Die Erweiterung Frozen Throne, die im Juli 2003 erschienen war, führt die Geschichte in vier Kampagnen weiter und besitzt gerade in der dritten und vierten Kampagne viele herausragende Storyideen und Spielemechaniken. Daher lohnt es sich absolut die komplette Geschichte von Hauptspiel und Erweiterung durchzuspielen. Das Spiel hat jedoch nicht nur eine tolle Story zu bieten, sondern auch der ganze Rest in Anführungsstrichen war damals ein deutlicher Schritt weg von der üblichen Echtzeitstrategie. Die allerersten Momente in einer Mission könnten zwar auch aus Age of Empires stammen, etwa hier wo wir ein Zentrum und ein paar Dorfbewohner besitzen, die wir zum Goldabbau und Holzfällen schicken, Kaserne, Schmiede und Häuser errichten und schließlich Truppen ausbilden. Aber ziemlich schnell fallen die starken Rollenspieleinflüsse auf, die Warcraft 3 deutlich von der zahlreichen Konkurrenz absetzt. Etwa wird in der Kampagne ein sehr großer Fokus auf die Geschichte gelegt, die größtenteils in Zwischensequenzen in Spielgrafik erzählt wird. Dann steuern wir einen oder mehrere Helden, das sind besonders starke Einheiten, die im Kampf Erfahrungspunkt sammeln und mit Levelaufstieg neue und stärkere Fähigkeiten erlangen. Während der Mission erhalten wir Gegenstände, die unsere Helden tragen können. Etwa Ausrüstung, die unsere Werte erhöht oder Tränke, die Mana und Leben aufladen. Einige dieser Gegenstände finden wir nur, wenn wir die Spielwelt abseits der offensichtlichen direkten Wege zum Ziel erkunden. Dort finden wir in den Kampagnen dann auch neutrale Figuren, für die wir Nebenquests ausführen können. So können wir zum Beispiel einen Drachen töten und erhalten dafür ein paar Einheiten sowie zusätzlichen Feuerschaden. All diese Errungenschaften verlieren wir nicht, sondern nehmen sie jeweils mit in die nächste Mission. Neben der Kampagne können wir unsere Schlachten aber auch im Gefechtsmodus austragen, der offline gegen Bots, im LAN sowie online im Battlenet stattfinden kann. Das grundsätzliche Prinzip ist hier dasselbe wie in den Kampagnen. In den Gefechten finden wir dann auch Gruppen von neutralen Einheiten, die wir, ähnlich wie beim sogenannten Junglen in League of Legends, für extra Erfahrungspunkte unseres Helden erledigen können. Zu MOBAs kommen wir aber gleich nochmal. Das alles hätte schon ausgereicht, um aus Warcraft 3 ein tolles Spiel zu machen. Aber wie schon erwähnt, findet sich einer der Hauptgründe für seine Beliebtheit und den Einfluss auf nachfolgende Spiele hier, im Editor. So ein Programm besitzen zwar einige Spiele, aber Warcraft 3 ermöglicht nicht nur das Erstellen von Karten, sondern auch Einfluss auf Einheiten, Sounds, Spielwerte, Skripte, Kamerapositionen und mehr. Durch diese vielen Möglichkeiten entstanden schnell große Communities, in denen solche Werke geteilt wurden. Darunter waren Mario Kart und Mario Party Klone, unzählige Tower Defense Spiele, Plants vs Zombies Varianten oder Spiele in denen wir Katzen oder Schafe steuern. Unter diesen Mods war auch Defense of the Ancients. Heute vielleicht besser bekannt unter seiner Kurzform, Dota. Das Konzept hinter Dota und allen nachfolgenden Spielen dieser Art war nicht neu. Immerhin übernahm es das Prinzip von Aeon of Strife, das Jahre vorher für StarCraft 1 herausgekommen war. Mit Dota und seiner Variante Dota All Stars kam der Erfolgszug des sogenannten MOBA Genres jedoch erst richtig in Gang. Und während in den folgenden Jahren weltweit Wettbewerbe mit Dota ausgetragen wurden, entstanden auch zahlreiche andere MOBA-Vertreter. Etwa Demigod, League of Legends, Monday Night Combat, Dota 2 oder Heroes of the Storm. Wie jetzt sicherlich schon zu erahnen ist, wurden das Hauptspiel und seine Erweiterung damals von Magazinen über alle Maßen gelobt. Die GameStar gab ihrem Test des Hauptspiels etwa den vielsagenden Titel das schlichtweg beste Strategiespiel und landete bei 93%. IGN fand nur in Details Anlass zur Kritik, wie z.B. bei den niedrigen Einheitenzahlen, kam aber ebenfalls auf 93% sowie 90% für die Erweiterung. Eurogamer schließlich fand das niedrige Einheitenlimit nervig, kritisierte, dass man nicht weit genug herauszoomen könnte, lobte aber den gelungenen Sprung von 2 in 3D sowie so ziemlich alles andere und kam auf 9 von 10 Punkten. Die übrigen Magazine kamen zu ähnlichen Ergebnissen, so dass die Wertungsschnitte auf Metacritic bei 92 Punkten für das Hauptspiel bzw. 88 für die Erweiterung liegen. So viel Lob schlug sich dann auch in den Verkaufszahlen nieder. Mit über einer Million verkauften Einheiten im ersten Monat markierte es den Rekord als das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten und setzte sich an die Spitze der Charts in Nordamerika, Asien und Europa. Die Erfolgsgeschichte des Spiels fing da allerdings erst an und es hatte seitdem einen spürbaren Einfluss auf die Spielindustrie. Dota Allstars half dabei Dota-Klone bzw. Mobas bekannt zu machen. Andere Titel übernahmen das Konzept von Rollenspielelementen und Helden. World of Warcraft baute die Welt aus Warcraft 3 weiter aus und erschien 2004, Filme, Comics und Gesellschaftsspiele wurden produziert und das Spiel selbst erhielt über die Jahre ständig Updates von Blizzard. Übrigens genauso wie etwa Diablo 2 oder StarCraft 1. Und daher ist es ohne Probleme auch heute noch möglich das Spiel auf modernen Rechnern zu spielen und ins Battle.net zu gehen. Seitdem 2016 nach einer fünfjährigen Pause regelmäßig neue Updates erscheinen, wurde immer wieder spekuliert, dass ein Nachfolger oder zumindest ein Remaster anstehen würde. Und tatsächlich wurde vor kurzem, sprich Ende 2018, im Rahmen der Blizzcon Warcraft 3 Reforged für 2019 angekündigt. Ob das Paket aus Hauptspiel und Erweiterung in einer besseren Grafik und mit Einflüssen aus World of Warcraft die großen Erweiterungen erfüllen kann, bleibt erstmal abzuwarten. Bis dahin kann jeder mit der alten Version von Warcraft 3 die Anfänge von World of Warcraft und MOBAs erleben. Oder einfach nur eines der besten Strategiespiele überhaupt spielen. Und damit erneut vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.